Herzlich Willkommen zurück zu Schwingen und des Kosmos Teil 30. Ja, diese Serie war schon immer dafür da, einige Geheimnisse des Universums zu enthüllen. In diesem Teil, Teil 30, werden wir die Bewegung der Sterne erkunden, die Winkelgeschwindigkeiten von Sonne und Mond entschlüsseln und den südlichen Nachthimmel entzaubern. Die Bewegung der Sterne Die elektromagnetische Kuppel, die die Sonne abbildet, dreht sich um uns herum und hat ihren Mittelpunkt beim Polarstern. Doch wie schnell dreht sie sich eigentlich? Die Sonne, wie wir im dritten Buch ausführlich besprochen haben, bewegt sich in einer Spiralbewegung. Uns interessiert hierbei die Geschwindigkeit ihrer kreisförmigen Bewegung. Sie vollendet eine Umdrehung in 24 Stunden. Die elektromagnetische Kuppel, in der die Sterne eingebettet sind, hat eine etwas langsamere Geschwindigkeit, da sie der Sonne um etwa 52 Minuten hinterherhängt. Der Mond hingegen vollführt jeden Tag eine komplette Umdrehung in 24 Stunden und 52 Minuten, wodurch der lunare Tag definiert wird. Der Mond hängt der Sonne um etwa 12,4 Grad pro Tag in Bezug auf deren Rotation und den magnetischen Nordpol hinterher. Diese Bindung an die Sonne bestimmt, in welchem Sternbild sich der Mond befindet und formt seine verschiedenen Phasen. Wenn wir zur elektromagnetischen Kuppel der Sterne und Sternbilder zurückkehren und ihre Bewegung beobachten, ähnelt sie der des Mondes und der Sonne. Die Sterne bewegen sich von Osten nach Westen entlang eines kreisförmigen Pfades um den Polarstern, der sich über dem magnetischen Nordpol befindet. Ihre Winkelgeschwindigkeit ähnelt der des Mondes und der Sonne. Die Sonne trifft jedes Jahr am selben Datum wieder genau auf dasselbe Sternbild im Tierkreis, wodurch ein Jahreszyklus abgeschlossen wird. Wenn wir die relative Geschwindigkeit der Sonne im Vergleich zur elektromagnetischen Kuppel betrachten, in der die Sterne eingefangen sind, ergibt sich eine 365,25-tägige Rotation der Kuppel um die Sterne, wobei sie der Sonne um 0,9856 Grad pro Tag hinterherhängt. Wenn wir bedenken, dass 360 Grad 24 Stunden entsprechen, ergibt sich, dass 0,9856 Grad etwa 3,94 Minuten ausmachen. Zusammengefasst können wir die konstante Winkelgeschwindigkeit der Rotation der Kuppel berechnen, die um Polaris und den magnetischen Nordpol zentriert ist und sich auf die feststehende Erde bezieht. Sonnenwinkelgeschwindigkeit Die Sonne rotiert mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit von 360 Grad pro Tag oder 15 Grad pro Stunde. Anders ausgedrückt vollendet die Sonne alle 24 Stunden eine Umdrehung um den magnetischen Nordpol, unabhängig von ihrer geografischen Position. Die Winkelgeschwindigkeit der Sonne bleibt konstant. Das heißt, die Winkelgeschwindigkeit der Sonne sind 360 Grad pro Tag. Mondwinkelgeschwindigkeit Der Mond hat eine konstante Winkelgeschwindigkeit, die geringer ist als die der Sonne. Daher hinkt er der Sonne jeden Tag um 12,4 Grad oder etwa 52 Minuten hinterher. Dadurch ist die Winkelgeschwindigkeit des Mondes 347,6 Grad pro Tag. Die Verzögerung des Mondes in Bezug auf die Sonne führt zu seinen verschiedenen Phasen. Winkelgeschwindigkeit der Sterne Die Sterne und Sternbilder rotieren ebenfalls mit einer konstanten Winkelgeschwindigkeit um den Polarstern. Je näher ein Stern am Polarstern liegt, desto geringer ist seine individuelle Geschwindigkeit. Aber die Winkelgeschwindigkeit der Rotation bleibt konstant. Winkelgeschwindigkeit der Sterne und Sternbilder sind 359,0144 Grad pro Tag. Aufgrund dieser Geschwindigkeit, die etwas geringer ist als die der Sonne, sehen wir, wie die Sonne jeden Monat mit einem anderen Sternbild in Einklang steht. Ein Jahr später steht sie wieder am gleichen Punkt wie vor einem Jahr. Der Mond ist mit der Sonne verbunden, daher ändern sich seine Phasen in Zusammenhang mit seiner Position zu den Sternbildern von der Sonne aus. Dies geschieht alle 12 Sternbilder innerhalb eines Mondmonats, was etwa 29 Tagen entspricht. Südliche Sterne Die Sterne im Süden scheinen sich etwas anders zu bewegen als die weiter nördlich gelegenen Sterne. Das liegt daran, dass die energetischen Punkte der Erde im ätherischen Raum an der Decke unseres elektromagnetischen Feldes ihre Abdrücke hinterlassen. Unterhalb dieses kosmischen elektromagnetischen Frequenzfeldes bewegt sich die schwarze Sonne, unsere kosmische elektromagnetische Energiequelle. Sie rotiert in einem variablen Radius, wodurch sich der Einfallswinkel von der unteren Erdoberfläche zur oberen ändert. Einige energetische Punkte der Erde liegen innerhalb dieses Kreises, während andere außerhalb sind. Daher scheinen die Abdrücke der energetischen Punkte innerhalb des Radius der schwarzen Sonne nach Norden zu konvergieren, während die außerhalb liegenden Abdrücke aufgrund der Dynamik und Geometrie auseinanderdriften. An dieser Stelle ist vielleicht interessant zu erwähnen, es gibt ja diesen Kult der schwarzen Sonne, da gibt es auch ein berühmtes Tattoo, das ist auch so etwas wie eine Geheimloge, sollte man sich auch Gedanken machen. Die Freimaurer, die Bildnisse der Freimaurer sind immer dieses Schachbrett mit den vier Säulen und einem Firmament. Also dann haben wir die Loge mit der schwarzen Sonne und so weiter und so fort. Also im Grunde ist es da und die Logen, die geheimen Logen, die wissen wahrscheinlich ganz genau, wie es aussieht. Nächtlicher, sichtbarer Himmel Wir sehen, dass die Sonne, der Mond und die Sterne unterschiedliche Winkelgeschwindigkeiten haben, was zu den Beobachtungen am Nachthimmel führt. Die Sterne am Nachthimmel verändern leicht ihre Position von Tag zu Tag, bis sie ein Jahr später wieder an derselben Stelle sind. Auf den folgenden Seiten werden wir sehen, wie der Nachthimmel jeden Monat um Mitternacht aussieht, und zwar für 13 aufeinanderfolgende Monate. Es gibt eine leichte Verschiebung der Sterne jeden Monat aufgrund der leicht höheren Winkelgeschwindigkeit der Sonne im Vergleich zu den Sternen. Daher sieht der nächtliche Himmel zur gleichen Zeit an jedem Tag des Jahres etwas anders aus, wie wir in den folgenden Seiten beobachten werden. Auf den Bildern beobachten wir, dass die relative Winkelgeschwindigkeit des Sternenhimmels im Vergleich zur Rotationsgeschwindigkeit der Sonne jedes Jahr zu wiederkehrenden Ausrichtungen zur gleichen Zeit führt. Also ein Jahr später ist alles am selben Ort. Diese Beobachtung führt zur Einführung von Schaltjahren, die alle vier Jahre auftreten. In einem Schaltjahr haben wir einen zusätzlichen Tag, also insgesamt 366 Tage, um die geringfügige Abweichung auszugleichen, die sich über die vier Jahre hinweg angesammelt hat. Ja, für mich wieder schön zu sehen, wie man jedes Phänomen, was wir am Nachthimmel oder am Taghimmel beobachten können oder über die Jahre hinweg in diesem Modell Anwendung und Beachtung finden und auch auf dieses Modell zu übertragen sind. Inzwischen muss ich sagen, dass es bei diesem Modell des Plasmamondes als Abbild der Erde weniger offene Fragen gibt für mich als bei der offiziellen Runderball mit kurvigem Wasser Theorie. Da habe ich mich jahrelang mit beschäftigt, mit Universum etc., Lichtgeschwindigkeit und muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte hinterher eine Menge Fragen und eine Menge Dinge blieben unbeantwortet. Hier in diesem Buch, umso tiefer ich hineingrabe, umso fragenloser bin ich. Ist wirklich ein wunderbares Buch, kann ich jedem empfehlen. Ja, das soll es von mir gewesen sein, Teil 30, Schwingung des Kosmos. Wir sehen uns beim nächsten Mal, schaut mal in die Videobeschreibung. Ansonsten bis Teil 31, bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017